McEntee, Little Smithy, der Mannschafts-Europameister von Chagum, Einzelachter mit diesem Pony. Ganz eng rum, schon nach 1. Auch hier ist die Devise 8 Galoppsprünge. Ist das stark? Ist das stark hier? Und das ist der Sieger. So cool und so gut geritten hier. John McEntee und Little Smithy werden auf jeden Fall ihrer Favoritenrolle gerecht hier. Aber sie haben es mit diesem Stechparcours noch einmal mehr bewiesen. Das sollten wir uns in Gänze noch einmal anschauen. Und wenn wir es jetzt hier nicht mit den Lupen schaffen, dann tun wir es auf jeden Fall im Klippmar Horse Archiv. Diese Stechen, ein hundertprozentiger Treffer von der Anlage her, wie der Reiter es angelegt hat, wie er es umgesetzt hat. Natürlich, auch wenn das Pony hier ein, zweimal auf groß weg musste. Das ist eben dieser Sport. Das ist diese besondere Teamleistung bei der FA.